hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft spirit das ist jetzt die dritte aufnahme ich freue mich tierisch beim ersten mal ist die aufnahme abgekackt beim zweiten mal war mein mikro falsch eingestellt jetzt beim dritten mal sollte alles klappen wie in den beiden aufnahmen schon zuvor möchte ich euch jetzt einfach mal die baufortschritte in meinem haus zeigen und ich bin gerade im creative modus und den regen weil er einfach nur stört ich bin zu dumm zu schreiben so das ist jetzt mal ein kleiner fortschritt ich mir so ein bisschen erbaut habe und zwar waren hier nach oben kommt kann man hier schon sehen hier ist ein kleines zimmer hier ist eine kleine küchenzeile würde ich mal sagen mit essen und hier ist ein kleines schlafzimmer hier mit licht hier eine ender chest die auf so einem kleinen regal steht hier ein sofa und hier auch noch ein plattenspieler und diese zimmer kann man einfach mal wohnen wenn man möchte und hier geht es dann weiter raus hier ist man also auf so einem kleinen steg kann man ja schon sagen hier ist dann so eine kleine bücher ecke hier kann man sehen dass die pflanzen so top pflanzen hier sind auch kleine pflanze noch hingestellt hier habe ich noch zur workbench ist hingestellt weil ich wollte jetzt keinen noch weiteren dunklen block hier irgendwie hinbauen deswegen so hier drin ist dann ein kleines zimmer ein zweites zimmer hier habe ich dann auch eine kleine sitzeck hingestellt hier so einen kleinen kleiderhaken und dann habe ich hier so ein kleines bett hingestellt das sieht ganz cool aus einmal in der steppe hingebaut mit frames und trapdoors drin ist so wie so ein kleines regal und dann habe ich hier noch ein bild hin gebaut was transparent ist und hier eine fackel hier habe ich dann noch eine truhe hingestellt um seine sachen zu verstauen und die decke habe ich auch nicht aus einem block gebaut sondern so ein bisschen tiefe noch mit eingebracht oder höhe kann man hier besser sagen und ja so weiterhin kann man hier auch noch so eine kleine treppe nach unten die führt dann in die nächste etage und das führt dann hier in so ein kleines badezimmer hier habe ich dann zwei waschbecken mit eimern hier eine kleine sitzecke und hier habe ich dann noch ja so eine art regal hingebaut kann halt nichts reinstellen oder ablegen aber man hat ja so ein kleines badezimmer das doof ist hier sind zwei unterschiedliche blöcke aber es geht nicht anders weil hier direkt drüber die anderen zimmer sind deswegen kann ich das auch nicht umändern und hier ist dann noch eine tür die führt dann ja halt so kleinen whirlpool und hier habe ich dann hier wollte ich keine fackeln reinstellen weil es ein bisschen doof ausgesehen hätte deswegen habe ich hier ein feuer als lichtquelle hier auch noch eins und hier auch also drei feuer und hier ist dann auch noch ein bisschen dass sie wenn einfach nicht so gerade wie hier sind habe ich hier noch mal ein paar stairs hin gebaut was auch noch mal hier ein bisschen ja tiefe in den raum kommt und das wasser kommt hier aus der decke raus und ich hatte erst überlegt diesen raum ein bisschen größer zu machen aber dann wäre ich auch in die richtung und in die richtung und in die richtung wäre ich hier welchen ein anderes zimmer gekommen und hier wäre ich außerhalb des berges eventuell gekommen deswegen habe ich das erstmal so gemacht und deswegen kann man hier auch wieder raus gehen hier habe ich auch wieder überall blumentöpfe gestellt und auch hier habe ich so einen kleinen schaukasten so einen kleinen blumenkasten hingebaut mit rosen und dann kann man hier auch noch mal in ein anderes zimmer und der block muss auch noch geändert werden aber naja hier kommt man jedenfalls dann ein weiteres zimmer dieses wirklich sehr klein hier ist die decke noch nicht ganz fertig diese blöcke und der muss so ausgetauscht werden und jetzt auch wieder eine kleine küchenzeile hier das bett mit einem kleinen tisch nebenan und hier kann das seine sachen ablegen für eine kleine chest und hier habe ich dann wiederum eine kleine sitzecke hingebaut wo dann drüber ein bild hängt erst hatte ich überlegt auch hier ein fenster hinzumachen aber das wäre dann glaube ich ein bisschen zu viel fenster überall gewesen und generell soll man ja nicht unbedingt jetzt hier direkt in diese ganze wohnung schauen können deswegen habe ich auch hier alles zugebaut hier habe ich die decke nicht verändert weil hier auch direkt wieder das haupthaus oben drüber ist und dann gibt es hier noch eine leiter hoch die führt dann einfach hier hin wo auch beim letzten mal die bücherregale standen ich fliege jetzt einfach mal hier so so sieht das jetzt von außen aus ich habe hier unten habe ich noch so kleine pfeile eingebaut hier ein habe ich hier noch so ganz klein mit dem zauern hingebaut und ich wollte nicht diesen pfeiler nach ganz unten durchziehen denn sonst sähe das ein bisschen komisch aus weil ja sonst wäre dieser pfeiler riesengroß geworden und das sähe nicht mehr gut aus und ich muss noch mal ein bisschen was mit der beleuchtung tun weil man jetzt schon sieht der obere teil hier ist ganz gut beleuchtet aber hier unten noch nicht und ich wollte jetzt aber ich bin am überlegen auch hier halt diese fackeln wie die halt so überall hier bau hier irgendwo noch hin zu bauen und ich weiß jetzt aber nicht ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben was für weitere räume ich dazu bauen soll ich hätte vor so einen kleinen blumenladen zu bauen oder irgendwie so einen raum mit ganz vielen ganz vielen armor stands und das würde ich eventuell dann auch machen hier oben finde ich könnte man auch irgendwas noch hin bauen weil hier oben ist auch noch ein bisschen leer dann soll hier noch so eine kleine treppe hochgehen nach da halt und hier unten soll auch noch was gebaut werden nur hier drüber kann halt nicht mehr gehen weil hier oben dann auch schon der keller von meinem haus hier oben ist mit dem kleinen spiele keller und ich fliege jetzt einmal noch mal zu stils haus weil ich das mal zeigen wollte und ich wollte auch noch mal diese fantastische mühle jetzt zeigen die sieht echt cool aus und ja ich wollte jetzt mal zu stil fliegen und was ich auch noch sagen wollte ist dass ich gerne weitere vorschläge von euch in die kommentare haben möchte was ich als nächstes mal aufnehmen soll denn ich habe jetzt wieder mehr bock wieder was zu machen aber ich wüsste halt selbst jetzt nicht so was und ich würde auch gerne mal irgendwie vielleicht schreibt mir irgendwas in die kommentare was mit minecraft zu tun hat das könnte ich dann aufnehmen und ich würde auch gerne dann zum beispiel mit dem replay mod oder so arbeiten um diese videos halt ein bisschen aufwendiger zu gestalten und wie gesagt auch ein bisschen die kurzfilmelemente beibehalten in dem projekt habe ich bisher noch nicht so wirklich kurzfilmelemente eingebaut aber ich bin im moment dabei den kurzfilm zu machen und der hilft mir auch dabei und deswegen muss ich nur noch ein paar szenen machen dann kann ich anfangen mit dem schnitt und mit dem vertonen und dann kommt auch schon bald der kurzfilm und das wird glaube ich ganz cool und ja schreibt mir auf alle fälle wie gesagt ein paar vorschläge in die kommentare zum aufnehmen ihr könnt auch mini spiele was auch immer ihr sehen wollt so und das ist das haus von stil und ich gehe jetzt einfach mal rein guck mal ob hier drin schon was ist hier ist ein ei komm ich mach mal so auch wenn das jetzt sinnlos war aber hier hat er eine kleine enchanting ecke hier hat er seine truhen und das sieht halt aus wie eine hobbit hölle das ist ziemlich cool und die brücke die er gebaut hat ist auch mega schön die muss halt nur noch hier anschließen und dann ja dann ist es eine perfekte brücke und das coole ist hier mit den sie lanterns die passen einfach perfekt hier rein und hier ist oh hier ist sogar eine kleine flussverbindung zum meer das passt auch wirklich gut hier kann man auch wirklich so einen kleinen hafen bauen eigentlich und ja das war das jetzt was ich euch zeigen wollte und das war es auch heute schon für die heutige folge ich würde mich echt darüber freuen wenn ihr mir ein paar vorschläge zum aufnehmen was ich mal aufnehmen soll mit wem ich mal aufnehmen soll könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben und ich würde mich auch tierisch über eine bewertung freuen ich habe mich richtig gefreut dass beim letzten mal die folge 50 likes bekommen hat das möchte ich eigentlich auch gerne diesmal wieder schaffen das wäre super und dann sehen wir uns einfach beim nächsten mal wieder und dann würde ich einfach sagen ciao leute